Hallo, mein Name ist Miguel Pestano. Ich bin Maurer im zweiten Lehrjahr bei der Robert Spreis OG und heute zeige ich euch einen Einblick in meinen Prüf. Jetzt seht ihr, wie ich hier die Wände für den Maurer und für uns zeichne, damit wir wissen, wo unsere Wände herkommen. Nachher teile ich die Elemente einteile und auch versetze, damit ich auch noch meine Abschallungen für die Mauer machen kann. Als Maurer musst du dir nichts ausmachen, bei jedem WC draus zu arbeiten. Du arbeitest viel im Team und es ist ein vielfältiger Beruf. Nachdem die Betonmauer fertig sind, machen wir mit dem Bachsteinmauerwerk weiter, damit wir auch den nächsten Geschoss weitermachen können. Jetzt habt ihr einen kleinen Einblick in meinem Tag. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr euch bei Robert Spreis OG für ein Schnupperchen anladen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.